Leute, so ich sollte eigentlich so ziemlich genau jetzt bei Dani sein. Ich habe mir mal ein bisschen Zeit gelassen, aber jetzt heißt es erstmal losfahrt zur Nähe, fahrt dann wie, wo, was und so, gell? Dani, wo gehen wir hin? Erzähl mal ein bisschen, komm. Zum Markus Rühl. Aber erst später. Ja, Dani und ich sind bestens vorbereitet auf jeden Fall. Wir gehen ohne Geld, ohne irgendwas zu einer Veranstaltung, wo man Geld braucht. Okay, meine Taktik ist das immer, aber von Dani kann ich das eigentlich nicht. Der Alex schuldet mir Geld, deswegen habe ich kein Geld mitgenommen. Ach so ist es. Ah, okay. Ah, okay. Jo, Leute, alles Alex. Bahnhofs Alex. Oh, der Bahnhof ist Alex. Als Maul. Ich muss jetzt mal gobern. Markus, machst du auch noch eins mit dem Alex? Perfekt, so war. So, wir waren jetzt hier lecker im McShape, warum eigentlich lecker, ich weiß es auch nicht. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt, dieses Lecker. Auch lecker in die Timeline werfen und so, gell? Aber er hat gesagt, man soll nichts filmen während seinem Seminar, habe ich dann natürlich auch nicht gemacht. Ja, jetzt warten wir noch und dann werden wir zum Auto gefahren. So, ich gehe jetzt noch schön zu meinen Leuten, also zu meinen Eltern, weil ich da noch ein Loch abholen wollte, schon seit ein paar Tagen, aber es nicht geschafft habe, vorbeizukommen. Morgen, das sieht echt komisch aus. Ja, ich bin fertig bei meinen Eltern, kurz quatschen, matschen, ihr kennt Prozedere bestimmt, wobei wenn ihr noch zu Hause wohnt, dann auch. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade wieder labere. Ich fahre jetzt nach Hause, aber beende den Vlog an der Stelle und sage, wie immer, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, zeigt es mir mit einer positiven Bewertung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen. Bis dahin, hau da rein. Bis zum nächsten Mal.